Capcom presents Marvel Comics Jedenfalls in meiner Umgebung Und das ist quasi, das ist tatsächlich gesehen mein erstes Mal mit dem Spiel Daher werde ich hier nur einen Arcade-One machen und zwar Mit, natürlich, mit meinen liebsten Main-Sakura und natürlich Wolverine Wollen wir mal gucken, wie wir uns durchschlagen werden Das Spiel ist wahnsinnig schnell, daher Das Verrückte ist, Sakura kann in der Luft Ihren Shouyoken, ihr Shouyoken ist ja auch quasi wie ein Ich hab's Na komm's Junkin 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 O-Komm schon Berserka hadouken Es ist besser, wenn man das von Sakura startet, habe ich gemerkt weil Sakura macht ihre Tengue-Hadokens. Und sie kann auch er-Hadoken. Mal gucken, wie das zu Zeitpunkt der Aufnahme bei Street Fighter 6 wird. Aber ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Geil, mein Crush. Ja, das war besser. Ja, die hat auch so eine Quote hier noch, ne? Ich hab meine Hausaufgaben gemacht, so nicht? Oh man! Ich hab meine Hausaufgaben gemacht. Oh come! Ich hab meine Hausaufgaben gemacht. Ich hab die Freundin von Sakura da kommt und, oh, auf und hier fällt. Ja, man muss zusehen, dass da eine Invasion passiert. Ich hab meine Hausaufgaben gemacht. Ich hab meine Hausaufgaben gemacht. Meine Hausaufgaben machen. Ich hab meine Hausaufgaben gemacht. ja wohl wurde hier auch ziemlich krass verändert für dieses versus game also was heißt krass hat jetzt ganz andere moves hat paar muster für verloren mal gucken wir tatsächlich in marlis capcom 2 wird weil ich glaube in marvel versus capcom 1 das habe ich ehrlich gesagt weiß ich habe ich das tatsächlich gespielt habe aber wenn auch nur selten aber die stelle sind gold ja das ist blöd dass sie ihre tanken gemacht dann geht auch die nieder kann ja aber der kann man sagen sagt es auch auch ein guter ansager ich weiß nicht ob das sogar der normale paul sprechen ist bei der hört sich schon ziemlich so an ähnlich wie bei street fighter 4 auch oh komm schon ach komm weißt du was? vorhin go 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 die atte starbe konto die volle breitseide ist anscheinend auch nicht die optimale sache aber ja wie gesagt sehr effektiv in der ecke aber da sollte man mit zacko anfang apokalypse na dann Das war's für heute. Dafür ist der Hadouken gut. Ah! Cyberkuma! Jetzt wird's... jetzt wird's krass. Ichään取 lap aus... Zauber! Zum... Wrongless... You did good, Sakura! On to Be Better Challengers, Blurie! Mom! What's this picture? Mama Sakura. Oh, that's your mom from a long time ago. Tja, ob sie das wieder verfolgen, dass Sakura Mami ist. Okay, meine Damen und Herren, wer ist das mit dem Arcade Run zu Marvel Super Heroes vs. Street Fighter? Ja. Ich mache leider nur eine Arcade Run, weil ich hier nicht viele Kombis tatsächlich mag. Beziehungsweise mir würde jetzt da keine in die Idee kommen. Ja, ich könnte noch keinen Spider-Man machen, aber nee, das zieht mich nicht so. Tatsächlich. Und ich finde auch, dieses Spiel, es ist okay. Es ist okay. Kann man machen. Ne? Sakura ist drin. Ja, okay. Cool. Ball Marine ist drin. Cool, aber das ganze Spiel, also wie gesagt, ich muss auch sagen, die Sakura ist nicht so ganz meins. Ich weiß nicht mehr, wie sie Marvel vs. Capcom 2 war. Ne? Das werden wir ja nachher sehen, aber ich meine nochmal gehört zu haben, dass Sakura dort auch nicht die beste Behandlung bekommen hat. Tatsächlich war sie dann in Capcom vs. SNK 2 besser, also was das Versus Game. 97 schon, meine Güte. Naja, meine Damen und Herren, dann wollen wir uns einen Namen nochmal eingeben. Naja, und ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, hinterlasst doch ein Like da und ein Kommentar. Und wenn euch nicht nur mein Fighting Stage Zeug bzw. Marvel vs. Capcom Games gefallen, dann hinterlasst doch ein Abo da und ringelt dann die Glocke, ja, damit ihr absolut nichts verpasst. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns wieder in tatsächlich dann dem Anfang, und zwar Marvel vs. Capcom Clash of Superheroes bzw. NBC One, was ich tatsächlich, ja, übergangen habe. Ich kenne dieses Artwork, aber ja. Okay, ich würde sagen, dann sehen wir uns wieder, wenn wir zum ersten Teil des NBC gehen, also Marvel vs. Capcom. Ja, und ich gehe auch mal gucken, wie viele Artikel, was für Charaktere da sind. Mit wem ich das da so betreiben werde. Und ja, dann würde ich sagen, ja, dann sehen wir uns wieder, wenn es wieder heißt Capcom presents Marvel Comics. Bye-bye!